Mit siegreich Leben lernen und heute ist ein zentrales Thema, das eigentlich auch zentral zu siegreich Leben lernen gehört. Ohne Liebe ist alles nichts. Darüber wollte ich heute mit euch sprechen, zu euch sprechen und lass da einfach dein Herz da offen sein für diese Botschaft. Geh da mit und lass dein Herz füllen mit Liebe, mit Liebe von Gott. Ohne Liebe ist alles nichts. Ohne Liebe, was sind wir ohne Liebe? Wir sind ein Schall und ein Rauch, ein Töner des Erz, eine klingende Schelle. Von daher, lass dein Herz füllen, darum fülle deinen Liebesspeicher. Das ist so das, was Gott auch will, dass wir unseren Liebesspeicher füllen. Wie es auch im 1. Korinther 13, Vers 13 heißt, nun aber bleiben diese drei Dinge wie diese drei Rehlein. Diese drei Skizzen, das ist so ein schönes Bild. Und das drückt es auch so aus. Diese drei Rehlein sollen stehen für Glaube, Hoffnung, Liebe. Aber die Liebe ist das Größte. Diese drei, aber die Liebe ist die Größte unter ihnen. Und so ist es wichtig. Da müssen wir immer aufpassen, dass unser Herz damit gefüllt ist. Mit Glaube, Glaube an einen lebendigen Gott. Und mit Hoffnung, wir haben eine himmlische Zukunft. Der Himmel ist unsere Heimat. Wir sind immer nur auf der Durchreise. Und mit Liebe. Und die Liebe Gottes will immer kommen und in unsere Herzen einziehen. Und dort regieren. Und will immer, dass wir da auch ein Liebesspeicher sind. Und jedes Erlös der Herz, sagt die Korinther Buhm, ist ein riesiger Vorratsspeicher für das Wirkungsvermögen Gottes. Aus dem einmal ewige Freuden geschöpft werden. Darum liegt es an jedem von uns persönlich, inwieweit wir den Liebesspeicher füllen lassen. Und wenn ihr heute schon da seid, dann ist das ein Zeichen dafür. Ich will meinen Liebesspeicher füllen lassen von dir, oh Gott. Ich mache mich auf, fülle mich. Ich brauche deine Liebe. Meine Liebe ist zu gering. Ich bin zu schwach. Ich bin zu leer. Ich brauche dich. Und ohne dich geht gar nichts. Und das müssen wir uns bewusst sein. Hebräer 10,24 heißt es ja auch. Lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken. 25, nicht verlassen unsere Versammlung. Darum ist es gut zum Gottesdienst zu kommen. Ich habe eine Einladung geschrieben, dass wir Einladung zum Gottesdienst. Komm und lass deinen Liebesspeicher füllen. Komm und dafür kommen wir auch zum Gottesdienst. Dafür kommen wir zusammen in Bibelstunde und Gebetsstunde, um uns füllen zu lassen. Dass Gott uns begegnet. 2. Petrus 1, Vers 7, in der brüderlichen Liebe. Liebe, die Liebe zu allen Menschen. Und da gibt Gott uns sie hinein. Wenn wir unser Herz aufmachen, dann gibt Gott uns sie hinein. Das ist dann Siegreich Leben lernen, Teil 63. Das letzte Mal haben wir darüber geredet, in 62. Liebe kommt in Aktion. Das ist auch so wichtig, dass Liebe, die bleibt nicht allein. Liebe, die breitet sich aus. Liebe kommt immer zu seinem Ziel. Und darum ist es wichtig, dass Liebe in Aktion kommt. Dass Glaube ohne Liebe und ohne Tat, eigentlich kein Glaube ist. Der ist unglaubwürdig. Der greift nicht in sich selbst. Aber wenn Glaube in Aktion kommt, dann ist es einfach gut. Wir haben es in Matthäus 25, 14 bis 30, dieses Gleichnis von den anvertrauten Talenten angesehen. Im Besonderen den Törichten dieser drei Knechte. Da waren drei Knechte, haben Talente bekommen, das war eine Geldeinheit damals. Und sie mussten damit handeln, damit wirken, damit tun. So müssen wir auch als Christen mit unseren Talenten handeln. Und sie zur Ehre Gottes einbringen. Das alles, was wir tun, zur Ehre Gottes tun. Und dann tun wir es gut. Und dann tun wir es so gut, wie wir es können. Aber dieser Törichte Knecht hatte ein Problem. Und zwar die Bosheit. Fragen hat hier sein Herr an. Die Bosheit, die Torheit und die Kostspieligkeit des Nichtstuns. Und ich kann mich so gut in diesen einen Knecht hineinversetzen. Wie er so vielleicht aus Angst nicht gehandelt hat. Aus Angst nicht gebuchert hat mit seinen Talenten. Irgendwo wusste er, dass es ein strenger Herr ist, der seinen Lohn fordert. Dass man mit den Schätzen irgendwo wirkt und handelt. Er wusste es. Und das war auch seine Torheit. Er tat dennoch nichts. Und geht es uns nicht auch manchmal so? Sind wir nicht auch manchmal so in so Phasen drin, wo wir eigentlich wissen, jetzt müssen wir handeln. Jetzt müssen wir aktiv werden. Ja, mir geht es oftmals so. Jetzt müssen wir was tun, sonst verlieren wir. Sonst haben wir einen Verlust. Das kann in Beziehungen so sein, in deiner Ehe, in zwischenmenschlichen Beziehungen. Vielleicht ist es mal dran, sich zu entschuldigen. Wirklich mal zu sagen, es tut mir leid, dass ich so an dir gehandelt habe. Es tut mir leid, dass ich nicht die Liebe dir geben konnte, die du jetzt gebraucht hättest. Oder die dir Trost geben konnte. Ich habe dich wieder mal enttäuscht. Ja? Geht es uns nicht oftmals so, oder? Ja, oder wenn ich jetzt nicht aktiv werde, dann verliere ich. Und so ist es eigentlich. Die Liebe Gottes will uns immer in Aktion führen. Er will uns immer wieder weiterführen. Und so ist es einfach gut, dass wir mit unseren Talenten und Gaben wuchern. Damit wir sie einbringen zur Ehre Gottes. Aber jetzt zuerst der Korinther 13, Vers 1. Nur die Liebe zählt. Dieses Lamm ist ja auch ein Bild auf Jesus Christus. Er wurde geopfert als das Opferlamm für die Welt. Er kam, um die Welt zu retten. Die Ulrike hat es schon gesagt. Er kam, um hier Licht reinzubringen. In die Finsternis, auf diese Erde. Er kam, um einfach die Herrlichkeit Gottes zu transportieren. Und er kam in seiner Liebe. Er kam, um die Menschen zu lieben. Und er kam, um sich selbst zu opfern. Und diese Hoffnung für alle drückt das so schön aus. Ohne Liebe bin ich nichts. Egal was wir tun. Wenn wir es nicht in der Liebe tun, dann fehlt das Wesentliche. Und darum ist es so wichtig, dass wir unsere Herzen füllen lassen von der Liebe Gottes. Die ganze Bibel ist ja irgendwie ein Liebesbrief. Ein Liebesbrief der Liebe Gottes. Liebe sollte auch die höchste Priorität in unserem Leben sein. Die Liebe ist auch das Kernthema der Heiligen Schrift. Alle Bücher der Bibel drehen sich irgendwo um Liebe. Also wir brauchen nur unsere Bibel aufzuschlagen. Dann erkennen wir, dass Gott aus diesem Buch einen persönlichen Liebesbrief gemacht hat. So wie diese Frau ihre Bibel küsst. Sie erkennt das, dass das ein Liebesbrief an sie ist. Und so dürfen wir es erkennen. Die Bibel ist ein Liebesbrief an uns persönlich. Und ich darf sie auch als persönlichen Brief an mich nehmen und umsetzen. Wir leben ja aus dem Neuen Testament. Und ich muss mir, wenn ich ein Erbe bin, dem ein Testament übergeben werden soll oder übertragen werden soll, dann muss ich das als Erbe annehmen. Und so ist es auch mit der Bibel, mit dem Neuen Testament. Du darfst es für dich annehmen. Jesus Christus ist gekommen, um dich zu erretten, um dich zu erlösen, um dich frei zu kaufen von Sünde und Schuld und dir einen Weg zu bereiten zum Himmel und zur Herrlichkeit Gottes. Also es wird uns persönlich zu einer großen Bereicherung, das Wort Gottes aus einem solchen Blickwinkel heraus zu lesen, anzunehmen und zu praktizieren. Das ist Glaube. Das Wort Gottes für sich zu nehmen, darüber nachzusinnen und es dann zu tun. Und da fängt der Glaube an. Wenn ich es anfange zu tun, wenn meine Liebe in Aktion kommt, wenn das Wort in mir lebendig wird und ich nehme es mir und ich lebe daraus. Und in unserem Leben dreht sich alles um die Liebe. Es ist so. Jeder Mensch sucht diese Liebe, sucht die Anerkennung, sucht die Geborgenheit, sucht die Sicherheit. Wir brauchen sie wie den Atem zum Leben. Wir brauchen diese Liebe. Ohne Liebe sind wir die ärmsten Menschen auf diesem Erdenball. Auch wenn wir Millionen hätten, hätten die Liebe nicht, dann würde uns das Wesentliche fehlen. Nichts macht uns Gott ähnlicher als die Liebe. Nichts macht uns als Christen auch glaubwürdiger als die Liebe, als Herzenswärme, die wir einander schenken können. Also die Liebe zählt. Die Liebe ist das, was im Endeffekt vor Gott bestehen bleibt. Darum ist es von absoluter Dränglichkeit und Wichtigkeit, uns diese Liebe von Gott schenken zu lassen. Und darum muss diese Liebe in unserem Leben höchste Priorität haben. Wie Jesus uns das höchste Gebot gibt, du sollst Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und all deiner Kraft. Und daraus deinen Nächsten wie dich selbst. Dann lernst du es mal, dich selbst zu lieben, dich selbst anzunehmen, wie Gott dich geschaffen hat. Und du bekommst Liebe von Gott und du kannst sie weitergeben an dein Umfeld. Darum ist es von absoluter vordringlicher Wichtigkeit, dass die Liebe in unserem Leben die höchste Priorität bekommt. Es ist möglich und von uns allen anstrebenswert ins Auge zu fassen, auch in der Liebe zu wachsen. Manche sagen, ich habe keine Liebe, woher soll sie kommen? Das ist auch manchmal so, wenn man sein Herz nicht aufmacht und nicht zu Gott kommt, der ja der Geber aller Liebe ist, der der Ursprung aller Liebe ist. Denn Gott ist die Liebe und was von Gott kommt, ist das Gute und das Wohlgefängige. Aber Liebe ist auch ein Wachstumsprozess. Mischer 6, Vers 8 sagt uns zum Beispiel, dass wir Gottes Wort, es sei dir gesagt, oh Mensch, was gut ist, Gottes Wort halten, Liebe übeln und demütig sein vor deinem Gott. Also drei Dinge. Gottes Wort halten. Da drückt sich auch die Liebe aus zu Gott, indem wir seine Gebote halten, indem wir seine Lebenshilfen akzeptieren und indem wir danach handeln. Und dann üben, Liebe üben, Liebe trainieren, Liebe anwenden, in der Praxis, indem man es tut, erkennt man auch den Segen, der da rauskommt. Denn Geben ist seliger als Nehmen. Und das ist so ein Prinzip Gottes. Wenn wir es anwenden, erkennen wir auch, was dahinter steht. Und jetzt will ich, dass wir zum Predigtext kommen. Das steht in 1. Korinther, das ganze Kapitel 13, dieses hohe Lied der Liebe. Und dazu habe ich meine Tochter Marisa Sophia gebeten, dass sie kommt und uns diese Botschaft vorliest. Komm bitte und lese uns in 1. Korinther 13 vor. Und dann lege ich uns aus, so gut wie ich es kann. Das hohe Lied der Liebe. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse weiß, und wenn ich ein Glauben habe, so dass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich alle meine Haare zur Speise und der Armen austeile und wenn ich mein Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Die Liebe ist langwürdig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ehre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe vergeht niemals, sei es aber Weissagungen, sie werden weggetan werden. Sei es Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir wissen, wir Weissagen stückweise. Wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Als ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, beurteilte wie ein Kind. Als ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels, undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Ja, dafür möchte ich jetzt einfach mal kurz beten. Himmischer Vater, du bist so groß und so heilig und ich danke dir einfach, dass wir deine Kinder sein dürfen, Herr. Ich danke dir einfach, dass du wirklich Liebe bist, Herr, und dass du uns so viel mehr von deiner Liebe offenbaren willst, und ich bitte dich einfach, dass du uns offen machst und bereit machst, diese Liebe von dir zu empfangen, Herr. Wir brauchen dich, Vater, wir sind abhängig von dir und von deiner Liebe und so bitte ich dich einfach, komm, Heiliger Geist, und auf den wahren Lohnen zu immer mehr von dir, liebe Herr. Fülle uns aus von dir, Herr, wir brauchen wirklich dich, Herr. Und ich bitte dich auch, dass du den Papa jetzt segnest, dass er von deiner Liebe auch übersprüht, Herr, und dass er uns jetzt dein Wort weitergibt in deiner Kraft, Herr. Sei du heute einfach hier und öffne du liebes Herz für dich, Vater. Rede du zu mir im Einzelnen heute Morgen. Lass uns verändert hier rausgehen und in deiner Liebe auch gebeten werden, Herr. Amen. Dankeschön. Ja, also diese Verse können wir uns gar nicht oft genug zu Herzen gehen lassen, ja. Was Gott uns hier geschenkt hat, das ist sowas Großes, das ist unbegreiflich. Und ich denke, das ist der Schlüssel auch, um sich selbst von der Liebe Gottes füllen zu lassen, in dem wir begreifen, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, ja. In gewissem Sinne hat Jesus uns ja eine Brücke gebaut zum himmlischen Vater, ja. Und wir dürfen übers Kreuz gehen, dürfen alles abladen, unsere Sünde, dass ja so die Liebe in uns verhindert, ja. Unser Neid, unsere Eifersucht, unsere Zwietracht, unsere Unversöhnlichkeit, wo wir mit Menschen im Streit leben, wo wir ihnen nicht vergeben, wo wir sie nicht loslassen können und sie Gott überlassen können. All diese Dinge stehen im Weg, damit die Liebe Gottes in unsere Herzen fließen kann, ja. Und darum ist es gut, übers Kreuz zu gehen, alles abzuwerfen, ja. Wie hier ins Feuer zu werfen, die Sünde, die Schuld und Jesus dafür bezahlen zu lassen. Denn er hat dafür bezahlt am Kreuz von Golgatha. Ja. Also Hingabe. Was ist diese Hingabe, die Jesus für uns hatte, ja. Ein Charles Stutt. Er war ein Cricketstar in England, ja. Und er hat für sich erkannt, was Jesus getan hat am Kreuz. Und es wurde ihm so groß. Er war ein ganz populärer Cricketspieler. Das ist da viel mehr dieser Sport in England wie hier bei uns. Da ist er wirklich bekannt. Und er sagte zum Beispiel, wenn Jesus Christus Gott ist und für mich starb, dann kann für mich kein Opfer für ihn zu groß sein, ja. Wenn wir das begreifen, Jesus ist für mich gestorben. Ich hätte den Tod verdient. Die Hölle wäre eigentlich mein Platz, wo ich hingehöre. Doch Jesus, du hast für diese Schuld bezahlt auf Golgatha. Und wie kann irgendein Opfer dann für ihn zu klein oder zu groß sein, ja. Wir wollen ihm einfach nachfolgen. Aus Dankbarkeit, ja. Für das, dass er uns den Himmel geschenkt hat. Und das lebt einfach in uns, ja. Lukas 22, Vers 17 wird Jesus gefragt, bist du denn Gottes Sohn? Und Jesus sprach zu ihnen, ihr sagt es, ich bin es, ja. Und wenn Jesus Gottes Sohn ist, ja, wie viel mehr dürfen wir denn aus dieser Liebe auch leben lernen, ja. Also 1. Korinther 13, 1-3 Ohne Liebe bin ich nichts. Wir brauchen diese Liebe. Ein Leben ohne Liebe ist wertlos. Und das macht uns hier Paulus so richtig bewusst in diesem hohen Lied der Liebe, ja. In der Elberfelder-Übersetzung hier, wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel rede, ja, das ist schon groß, ja, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel, ja. Ein Schall irgendwo, der vergeht, ja, der wertlos ist. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse weiß, und wenn ich allen Glauben habe, so dass ich Berge versetze, das sind schon große Dinge, das sind schon gewaltige Dinge, die man da im Glauben tun kann, ja, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Also immer wieder kommt er darauf hin, dass nur die Liebe zählt und dass wir es alles in der Liebe tun müssen. In Vers 3, und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Arme austeile und wenn ich mein Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Ja, also du kannst alles den Armen geben, du kannst irgendwie, gestern war auch wieder diese große Spendenaktion in Deutschland, diese Spendengala, ein Herz für Kinder und alle Deutschen haben da, ja, viele Deutsche haben da mitgemacht und das ist gut so, ja, das ist gut so, ich freue mich da dran, da sind 14 Millionen, über 14 Millionen zusammengekommen, für die Kinder, die in Not sind, in Krankheit irgendwo, ja, denen geholfen werden muss und ich freue mich, dass auch Deutschland so gebefreudig ist, auch die Prominenz, dass sie da ruhig mal ein bisschen was reinfließen lassen, die haben es ja auch im Überfluss, ja, aber die Liebe, ja, wenn ich das auch alles tue, nicht aus der rechten Motivation, dann nützt es nichts, ja, ich muss es aus der Liebe heraus tun, die Gott in mein Herz legt, also das Wichtigste im Leben ist die Liebe, ja, also man könnte auch hier sagen, durch die Macht der Wiederholung macht Paulus uns dies bewusst, fünfmal spricht er hier davon, ja, wenn wir keine Liebe haben, dann zählt all unser Reden nichts, ja, so muss auch alle Reden, wenn ich hier predige, muss es aus Liebe geschehen, sonst ist es auch Schall und Rauchen, ja, alle Lehre, die Hauptsumme der Schrift ist Liebe, ja, ist immer wieder Liebe, und er sagt hier, ja, wenn wir keine Liebe haben, dann zählt all unser Reden nichts, ja, dann zählt all unser Wissen nichts, ja, du kannst auch die ganze Bibel wissen, auswendig kennen, ja, aber wenn du dennoch keine Liebe hast, dann zählt es auch nichts, dann zählt auch all unser Glaube nichts, ja, und du Berge versetzen kannst im Glauben, hast aber die Liebe nicht, zählt es auch nichts, und all unseren Einsatz, und all unser Geben, ist auch nichts, hier in Vers 5, und all die Anerkennung, die wir bekommen, alles ist nichts ohne Liebe, also interessant, also wir können ein fantastischer Redner sein, über das Wissen eines Genies verfügen, den Glauben eines Wundertäters haben, die Großzügigkeit in Person, und wir können die Anerkennung eines Millionenpublikums haben, aber wenn es nicht aus der Liebe geschieht, dann fehlt das Wesentliche, ja, dann fehlt das Wesentliche, und das ist wirklich so, gehen wir zum nächsten Bild, ja, Jesu Liebe ging bis ans Kreuz, ja, Jesu Liebe ging bis ans Kreuz, und das dürfen wir wissen, ja, und diese Liebe, die motiviert uns, ja, diese Liebe motiviert uns, ja, hier dieser bekannte Spruch, am Tag seiner Kreuzigung, traf Jesus eine Entscheidung, er wollte lieber für dich in die Hölle gehen, als ohne dich in den Himmel, das ist interessant, ja, also Jesus, war es ein Anliegen, dass du mit ihm kommst, ja, dass du mit ihm in den Himmel gehst, und diese Liebe soll uns auch motivieren, diese Liebe motiviert uns, ja, die Liebe motiviert uns zu lieben, Max Lucado sagt einmal, würdest du dich wie Jesus verhalten, wenn du Gott wärst, er tauschte den Himmel gegen einen schmutzigen Stall ein, die Anbetung der Engel gegen die Gesellschaft von Mördern, ja, er kam mitten unter die Römern, ja, und das war wirklich eine Herrschaft, die war knallhart, ja, er konnte das gesamte, gesamte Universum in der Hand halten, aber er gab es auf, um im Leib einer Jungfrau als Mensch heranzuwachsen, er ist den Weg von der Befehlsgewalt über die Engel zum Schlafen im Stroh gegangen, das müssen wir uns alle mal verinnerlichen, vor Schöpfung der Erde war Jesus bei seinem Vater und hat die ganze Welt, die ganze Erde geschaffen, mit seinem Vater, in der Ausführung des Heiligen Geistes, dieser dreieinige Gott, ja, also er ist vom Festhalten der Sterne bis zum Festhalten an Marias Finger in Windeln gewickelt, die selbe Hand, die das Universum hält, hat auch den Nagel des römischen Soldaten entgegengenommen. Warum hat er das alles getan? Weil sich so die echte Liebe verhält, sie stellt den geliebten Menschen über sich selbst, deine Seele war ihm wichtiger als sein Blut, ja, und dein Platz im Himmel war ihm wichtiger als sein Platz. Das ist, diese Liebe ist unbeschreiblich, ja, und lass dich von dieser Liebe anstecken, begreife diese Liebe, ja, lass diese Liebe dir bewusst sein, es ist wirklich so, Jesus hat es am Kreuz vollbracht, ihr solltet so ein bisschen darstellen, dass er so am Kreuz hing, ja, glaube an Jesus und glaube an sein Kreuz, ja, Reinhard Bonnke sagte, das Kreuz von Golgatha ist das bedeutendste Zeichen in der Weltgeschichte. Das Kreuz von Golgatha ist das Zentrum unseres Lebens. Jesus starb für uns und dieses Ereignis war eine kosmische Explosion der Liebe und Güte Gottes. Das ist wirklich, das ist Liebe pur, ja, und das müssen wir begreifen. 1. Korinther 1,18 sagt uns ja, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Wenn du es begreifst, wenn du es fassen kannst, wenn der Geist Gottes es dir lebendig macht, und ich wünsche dir so erleuchtete Augen des Herzens, dass das so richtig wieder in dein Herz fällt, auch den alteingesessenen Christen, die schon 10, 20 Jahre mit Jesus gehen oder 30 oder 40, ja, die müssen das immer wieder neu erfassen und es muss ihn wieder neu begeistern. Wenn Christen nicht begeistert sind, haben sie nichts zu geben. Wenn Christen davon nicht erfasst sind, von dieser Liebe und voller Dankbarkeit in dieser Liebe auch wirken, dann fehlt ihnen das Wesentliche. Ja? Okay, aber jetzt zum Predigtext. 1. Korinther 13, ja, 1 bis 3 haben wir gehört, jetzt gehen wir mal zu 4 und 5, ja, diese Pferde. Ich habe einfach mal Tierbilder geholt, ich wollte mal Tierbilder holen, die da schön reinsprechen und auch die Liebe Gottes irgendwo transportieren. Und 1. Korinther 13, 4 und 5 ist so gewaltig, ja, was das in sich trägt, ich habe ein Siegleich Leben Lernen vier Teile über diese Verse gepredigt, über diese zwei Verse gepredigt. Interessant, ja? Das war Siegleich Leben Lernen, 14 bis 17. Was da alles drinsteckt, das kann ich uns jetzt in einer Predigkeit auslegen, will ich auch nicht, will auch nicht groß drauf eingehen, aber mach es ihr einmal nochmal bewusst, die Liebe ist geduldig, das ist die Hoffnung für alle Übersetzungen, sie gibt das gut rüber, ja? Die Liebe ist geduldig, sei auch du geduldig, ja? Hab Geduld mit deinem Bruder, deiner Schwester, deinem Ehepartner, deinen Kindern, hab Geduld mit Menschen, ja? Denn Geduld ist ein großes, irgendwo der Flaggschiff, habe ich gesagt, ja? Das Flaggschiff der Liebe, wenn wir Geduld aneinander haben und Geduld auch aneinander üben. Und die macht uns wiederum freundlich. Freundlichkeit ist ein starker Attribut oder Aspekt der Liebe, ja? Freundlichkeit bricht dem Teufel die Knochen, ja? Darum sei freundlich, wie du in den Wald hineinrufst, so schalt es zurück. Übe Freundlichkeit. Freundlichkeit ist gut, ja? Sie kennt keinen Neid. Neid ist nicht in deinem Herzen. Wenn es dem anderen gut geht, bist du froh. Du freust dich daran, wenn es dem anderen gut geht, ja? Und du bist dankbar dafür, ja? Sie kennt keine Neid, keine Selbstsucht. Du suchst nicht die Anerkennung, du suchst nicht die Bestätigung, du suchst nicht das Deine, ja? Du bist nicht mehr selbstsüchtig. Sie prallt nicht, ja? Sie prallt nicht. Sie geht nicht an, ja? Die Liebe und ist nicht überheblich. Das müssen wir uns immer wieder schenken lassen. Es hat immer mit Demut zu tun. Gott macht uns demütig und hält uns immer um den Teppich, dass wir nicht abheben. Das ist gut so. Wir müssen uns immer den Mantel der Demut zuknöpfen. Ganz zuknöpfen, ja? Eng. Bleib immer demütig, sonst kann Gott dich nicht gebrauchen. Egal, zu was er dich gebraucht, ja? Bleib demütig, denn den Demütigen schenkt Gott Gnade. Und das ist so, ja? Aber wir müssen mal wissen, ja, in diesem Griechischen, wenn das Neue Testament im Griechischen übersetzt ist, da steht ja auch von drei Attributen, da wird Liebe beschrieben durch Agape-Liebe, durch Filio-Liebe und durch Eros-Liebe. Das haben wir Deutsche gar nicht richtig umgriff, so, wir haben nur diesen einen Begriff Liebe und man denkt auch drauf und Sexualität und Schmetterlinge im Bauch und Verliebtsein, ja? Aber es hat viel mehr im griechischen Urtext in sich, ja? Die Agape-Liebe, die kommt von Gott und das ist genau diese Liebe, die hier beschrieben ist. Diese Liebe muss in unsere Herzen von Gott fließen. Die hat nämlich ein Mensch nicht. Ein Mensch ist eigentlich egoistisch und kann genau das nicht geben, weil er neidisch ist, eifersüchtig, er sucht das Seine, ja? Er sucht das Seine, ja? Und wenn es ihm nicht gut geht, dann kann er auch nicht freundlich sein, ja? Und so viele Dinge. Geduld hat er schon gar nicht, der wird alles direkt, Mikroele-Christen, Knöpfchen rein, das Essen ist fertig, ja? So ist es manchmal im Glauben, man wird alles sofort, jetzt, hier, ja? Genau das ist das, was wir als Mensch in uns tragen. Aber wenn die Agape-Liebe, die Liebe von Gott kommt, dann können wir diese Dinge bringen, ja? Die Phileo-Liebe spricht von Beziehung, von Freundschaft, ja? Ein Freund ist der, der im Leid zu dir steht. Ein Freund ist der, der dich genau kennt und trotzdem zu dir hält, ja? Ein Freund geht über, ja, er steht zu dir, egal wie. Und das ist Freundschaft, ja? Und das gibt diese Phileo-Liebe her. Freundschaft, die ist gebend. Die ist nicht unbedingt fordernd, die ist gebend. Geben ist seliger als Nehmen. Ja? Und die Eros-Liebe ist auch wichtig. Die sexuelle Liebe ist wichtig und die gehört auch zu uns dazu. Wir Menschen sind so gemacht, der Sexualtrieb ist der zweitgrößte Trieb nach dem Selbsterhaltungstrieb. Und von daher müssen wir wissen, das ist normal, das ist von Gott geschenkt. Und wenn es in dem Schutzrahmen der Ehe ausgelebt wird, auch die Sexualität, dann ist es in Ordnung. Aber der Schutzrahmen der Ehe gehört dazu. Den hat Gott gesetzt und sagt, es ist gut, sich an diesen Schutzrahmen zu halten und darin auch diese Eros-Liebe auszuleben. Nach Gottes Wohl gefallen. Aber in Vers 5, Liebe ist weder verletzend, die Liebe verletzt nicht. Die Liebe ist nicht verletzend, das ist so gut zu wissen. Das müssen wir immer wieder drin haben. Jesus klopfte immer an, bevor er eintritt. Und dabei hätte er es gar nicht nötig gehabt. Denn unsere Herzen gehören ihm sowieso. Er ist der Schöpfer aller Dinge. Und Johannes 1, Vers 12 sagt uns ja auch, dass wir ihn in unser Herz aufnehmen müssen. Die Jesus in ihr Herz aufnahmen. Den gab er die Macht, Gottes Kinder zu werden. Und das ist auch so. Du wirst echt ein Gotteskind, wenn du Jesus in dein Herz lässt. Und das ist wichtig. Und das müssen die Menschen erleben, auch um die Liebe Gottes zu empfangen. Wenn es jemandem zustehen würde, einfach so herein zu platzen, dann Jesus. Aber er tat es nicht. Er war ein Gentleman. Er war uns darin ein Vorbild. Was ist dieses zarte Klopfen an dein Herz? Wenn Jesus an dein Herz klopft, ich will da rein. Klopf an deine Herzenstür. Lass mich rein. Ich will da regieren. Und Jesus will nicht nur dein Herz rein. Er will auch, dass du ihm den Schlüssel übergibst deines ganzen Lebens. Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. In Offenbarung 3, Vers 20 heißt es, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten. Und er mit mir. Also wenn du auf die Stimme Jesu antwortest, dann wartet er darauf, dass du ihn hineinbittest. Also die Liebe ist nicht verletzend. Noch auf sich selbst bedacht. Weder reizbar. Oh, jeder von uns ist irgendwo reizbar. Wenn man seine Schmerzgrenze trifft, wenn man seine wunden Punkte trifft, dann ist er irgendwo reizbar, dann ist er irgendwo gern explosiv und geht in die Luft. Wenn er verletzt ist, jeder hat irgendwo Schwachpunkte. Wenn du ihn da triffst, ja, an seinen Schwachpunkten, dann ist er schnell verletzt und beleidigt, ja, und enttäuscht, ja. Und die Liebe lässt dich nicht mehr verletzen. Die Liebe hat den Brustpanzer der Gerechtigkeit an. Jesus ist meine Gerechtigkeit. Ich lege mir den Gürtel der Wahrheit an. Ich ziehe mir den Helm des Heils an. Ich nehme den Schild des Glaubens, wo alle feuerigen Pfeile der Beleidigung, ja, der Verletzung abprallen. Hier brauche ich das Schild des Glaubens. Und ich nehme mir das Schwert des Geistes und kämpfe und schlage einfach den Feind und alle Angriffe in die Flucht mit dem Wort Gottes. Sie überwandten durch des Lammes Blut und durch das Wort in ihrem Munde. Ja? Du nimmst das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, und du schlägst alle feuerigen Pfeile mit dem Glauben und mit dem Schwert in die Flucht und ziehst die Stiefel der Bereitschaft an, für Gott zu stehen, für Gott zu wirken, für ihn Botschaft zu sein. Ja? Und das ist eine gute Entscheidung. Also ohne Liebe ist alles nichts. Ja? Nur die Liebe zählt. Liebe sollte die höchste Priorität in unserem Leben haben, das wichtigste Ziel. Und wir sollten unseren ganzen Ehrgeiz in sie setzen. Und wir werden in der Ewigkeit von unserem Liebespegel beurteilt werden. Ja? Also wir werden von unserem Liebespegel her beurteilt werden. Das ist, glaube ich, so das, was Jesus genau sieht, was der Vater im Himmel genau sieht, wie weit wir unseren Vorratsspeicher gefüllt haben. Wie weit die Liebe in uns regiert hat. Ja? Denn ohne Liebe bin ich nichts, aber mir würde die Liebe fehlen, so wäre das alles nichts. Nur eins wird bleiben, die Liebe. Und dann das letzte, der letzte Vers in diesem Kapitel, die Rehlein wieder, ja? Das letzte Vers, was bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Aber die Liebe ist das Größte unter ihnen. Ja? Und so muss die Liebe in uns regieren. Ja? So soll die Liebe in uns regieren. Und jetzt kommen wir zur Ölstandsmessung, ja? Wie merke ich, wie mein Leben irgendwo gefüllt ist mit der Liebe Gottes? Ja? Es gibt so dieses schöne Bild, ja? Messe auch deinen geistlichen Ölstand, ja? Habe ich auch drüber gepredigt, ja? Die Ölstandsmessung mit Bezug auf Salbung, ja? Ich muss mal gucken, wenn ich da auch kein Öl mehr im Auto habe, dann muss ich mal gucken, wo, wo, da muss ich ein bisschen was nachfüllen, ja? Und so ist es einfach. Wenn da zu wenig drin ist, dann läuft der Motor kaputt, ja? Und das ist so wichtig. Was, was tue ich? Wie fülle ich meinen Lebensspeicher, ja? Der Öltank, äh, muss gefüllt werden, damit er läuft. Also auftanken. Was tue ich, um aufzutanken? Das hat mal in einem Teams-Kalender gestanden, hat mir gut gefallen. Was tue ich? Was tust du dafür? Und wo wirst du hin, um geistlich aufzutanken? Wenn du ein Gottesdienst bist, ist es schon mal gut, ja? Da bekommst du geistliche Speise, ja? Wenn ich euch was erzähle, dann ist das auch was, wo du aufgetankt wirst. Denn nur Geliebte können lieben. Nur wenn du geliebt bist und du weißt, ich bin geliebt von Gott, angenommen und wunderbar gemacht, ein Original, ich bin keine Kopie, ja? Und dann kannst du erst lieben, wenn du dich selbst lieben kannst. Nur Getröstete können trösten. Selbst wenn du den Trost Gottes in deinem Leben erlebt hast, wie der Heilige Geist, der der beste Tröster ist, aller Tröster, dich getröstet hast, und das erlebt hast, dann kannst du auch selbst trösten. Du gibst diese Liebe weiter. Du tröstest, du ermutigst, du richtest auf, du hilfst auf, du greifst unter die Arme. Nur Ermutigte können ermutigen. Und du, der Vater im Himmel, und Jesus Christus, der ermutigt dich jeden Morgen durch seinen Heiligen Geist, wenn du zu ihm kommst, wenn du ins Kämmerlein gehst, licht sein Wort, ja? Redest mit ihm, da wirfst du ermutigt. Ja? Wenn du Ermutigung brauchst, geh ins Kämmerlein, ja? Und wir wollen uns das noch ansehen, was wir da tun können. Nur Inspirierte können inspirieren. Nur die selbst inspiriert sind vom Heiligen Geist, der dieser kreative Geist ist, der uns so viel Gutes gibt, ja? 1. Korinther 14, Vers 3, wenn aber Gottes Weisungen, wer aber Gottes Weisungen empfängt, kann sie an andere Menschen weitergeben. Er hilft ihnen, im Glauben zu wachsen, er tröstet und ermutigt sie. Das ist auch genau das, was der Heilige Geist in uns tun will, ja? Er will, dass unser Glauben wächst, dass wir getröstet sind und ermutigt sind, ja? Und dann brechen wir durch zur Freude. Freude, ja? Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Psalm 103. Hans Peter hat es, glaube ich, als Autonummer. Psalm 103, ja? Diese soll in unseren Herzen sein, ja? Entscheide deine Seele, den Herrn zu loben. Auch wenn es dir vielleicht nicht gut geht. Vielleicht musste David das genauso tun, der seiner Seele zu befehlen, lobe meine Herren. Lobe den Herrn, meine Seele. Und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Und vergiss nicht, hier kommt es wieder, wir vergessen immer so schnell, was wir an Gutes schon von ihm empfangen haben. Wir vergessen immer so schnell, ja? Aber wenn du anfängst wieder zu danken für all das Gute, was Gott schon in dein Leben hineingeführt hat, dann fließt Frieden und auch Freude in dein Herz, ja? Der dir deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen. So schön am Kreuz abzuladen. Jesus, du hast bezahlt. Ich kann wieder mit meinem Versagen zu dir kommen. Mit all meiner Unzulänglichkeit, mit all meinen Unmöglichkeiten, mit all meinem Versagen, ich kann wieder zu dir kommen. Und du vergibst mir. Du bist treuend gerecht und vergibst mir diese Schuld. Und da heißt es auch diese Verheißung, er heilet mich von allen Gebrechen. Er heilet mich von allen Krankheiten. Du, Psalmist, du bist ein bisschen, ja? Aber, ähm, du, die Verheißung steht, ja? Die Verheißung steht, wenn wir Gottes Wort als Medizin annehmen und wenn wir im Glauben beten, dann wird es zumindest mal besser. Darum lasst uns im Glauben beten, auch für Kranke. Sünden vergibst und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst und der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Ja? Der dein Leben vom Verderben erlöst, von der ewigen Verdammnis. Ja? Und dann wirst du wieder jung wie ein Adler. Das ist ein wunderbarer Psalm, ja? Und wir sollen jung sein. Wir sollen Ermutigte sein. Wir sollen wirklich hier loben den Herrn. Jesus gibt Freude, die von innen kommt. Wenn du das praktizierst, ja? Du kommst zum Herrn. Ich will dich loben. Ich will dir danken, ja? Ich will dich preisen, ja? Und du kommst in mein Leben rein, heilst mich an Geist, Seele und Leib. Wenn du nur am Leib Gesundheit empfängst und Wiederherstellung, ist das sowieso zu wenig. Du brauchst in deiner Seele Heilung, damit du diese Agabeliebe, wie wir eben gelesen haben, leben kannst, anwenden kannst, damit deine Seele gesund wird, damit du vergeben kannst, alle denen, die an dir schuldig geworden sind, die dich so verletzt haben, die dir so wehgetan haben, aber du lässt sie los und du wirst frei. Und die Freude, die von innen kommt, fließt wieder in dein Herz. Und das ist das Schönste, was so ein Mensch erleben kann, diese Freiheit, ja? Denn Christus kam, um dich freizusetzen von aller Sünde, von aller Unzulänglichkeit, von aller Unversöhnlichkeit, damit du jung bist wie ein Adler, ja? Geh mal weiter. Die Freude, die von innen kommt, und da sind wir nicht von Gefühlen abhängig. Christen, die von Gefühlen abhängig sind, das sind Jojo-Christen. Jojo-Christen. Heute geht es ihnen gut, morgen geht es ihnen schlecht. Jojo geht hoch, Jojo geht runter, ja? Ja, und so sind viele, ja? Wenn das Wetter mal nicht so schön ist, boah, lassen sich runterziehen, ja? Oh, das ist halt ein Ohr, und alles, was sie in ihren Augen sehen, oh, und dann geht ihnen schon schlecht. Und dann ist alles, was sie vorher mit Gott hatten, ist schon wieder weg. Ist schon wieder weg, und das ist traurig. Das ist nicht zu lachen. Das ist traurig, das ist Jojo-Christentum, ja? Wirklich, weil es sagt zum Beispiel, der Glaube an das Wort ist die Wurzel. Gute Gefühle sind die Frucht, Gefühle verändern sich, Gottes Wort nicht. Deswegen halte dich fest am Wort Gottes. Halte dich fest an den Verheißungen Gottes. Und wenn deine Gefühle dich betrügen wollen, komm zurück zum Wort Gottes. Ersetze Gedanken, die sich erheben in deinen Gefühlen, ja? Und ersetze sie mit der Wahrheit Gottes, ja? Das Wort hebt deine Gefühle. Das ist so. Sei kein Gefühlskrist, ja? Ihr seid ja 61. Rückert 60 gelesen, als 61. Jesus kam. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen, den Gefangenen die Freiheit. Sei kein Gefühlskrist. Kommt zur Zapfsäule, ja? Geh immer wieder ins Wort Gottes. Also ein Christ, der ein Jojo-Christ ist, der ist oftmals auch nicht fest verankert mit dem Wort Gottes. Der steht nicht da drin und hat das nicht als seine tägliche Lektüre, ja? Und er hält sich nicht dran fest. Ja, aber wenn du Energie brauchst und dass deine Gefühle sich auch heben, dass du Glauben bekommst, musst du dich festmachen, wie du mit dem Auto tanken gehst, ja? Ja, so musst du dich festmachen, hier an der Bibel, an Gottes Wort. Keine Power, hol dir wieder neue Energie, geh an die Zapfsäule und pflege das Gebet. Ohne Gebet geht gar nichts. Ohne Gebet bin ich kraft- und saftlos. Ich brauche Gebet, damit mein Liebestank gefüllt wird, ja? Und es ist schön, wenn wir es lernen als Christen, das Gebet genießen, zu genießen. Das Gebet ist was Wunderbares. Die Gegenwart Gottes ist nicht Audienz beim Papst, ist Audienz bei dem Allmächtigen Gott und die ist besser wie beim Papst, ja? Und von daher, genieße es, ins Kämmerlein zu gehen, dich von der Liebe Gottes einhüllen zu lassen. Klettere bildlich auf den Schoß des Vaters und lass dich lieben von seiner Liebe. Nimm diesen Liebesbrief und nimm ihn dir persönlich als Testament, ja? Nimm dieses Erbe an, ja? Verstehen Sie das Gebet weniger als eine Aktivität für Gott, als vielmehr ein Bewusstwerden seiner Gegenwart. Einfach nur die Liebe Gottes zu spüren, egal wo, wenn du im Bett betest, wenn du im Kämmerlein betest, auf deiner Couch, auf deinem Lieblingssessel, ja? Und lass dich hüllen und einhüllen in die Liebe Gottes. Kuschel dich an deine Bibel, ja? Dann bist du mit Gott verbunden, ja? Wenn du sie liebst, ja? Psalm 25, 1-5, ja? Nach dir, Herr, David drückt es hier so schön aus, verlangt mich, mein Gott, ich hoffe auf dich. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige. Zeig mir deinen Plan, den du für mein Leben hast, ja? Nach Epheser 2, Vers 10 sind alle Werke von Gott vorbereitet, auch für dein Leben, für deine Persönlichkeit, für deine persönliche Entwicklung hat Gott was vorbereitet, ja? Und suche diesen Plan, zeige mir deine Wege, leite mich in deine Wahrheit und lehre mich. Diese Haltung brauche mal, ja? Also dieses klug, ich will nicht sagen Scheiße wissen, ja? Sondern das ist von Gott nicht belohnt, ja? Hier muss ich zu Gott kommen, du bist die Weisheit. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis und der Weisheit. Da muss ich zu Gott kommen in Abhängigkeit. Du bist die Weisheit. Ich weiß nichts. Und dann kann er dir geben. Und dann bist du leer. Es ist so gut, wenn Christen leer sind. Dann kann Gott dir begegnen, ja? Und lehre mich, denn du bist der Herr, der Gott, ja? Denn du bist der Gott, der alles weiß und alle Weisheit hat, ja? Und lerne das Gebet zu genießen. Gebet zu genießen, ja? Gott begegnen in seiner Gegenwart leben. Und das ist auch das, nicht nur morgens ein Gebet zu machen und dann laufe ich den ganzen Tag irgendwo und bin abgekoppelt. Das darf nicht sein. Als Christ darf ich nie abgekoppelt sein. Ich muss immer in Verbindung sein. Immer den Geist Gottes in mir lebendig haben. Ob du auf deine Arbeit gehst, ob du den Kindern Brote machst, ob du spülen gehst, ob du deine Betten, deine Hausarbeit machst. Sei angekoppelt in der Verbindung und im Bewusstsein des Heiligen Geistes. Hab immer ein kurzes Gebet im Atemrhythmus mit dir. Hilf mir jetzt hier, hilf mir jetzt da, hilf mir die richtige Mahlzeit zu kochen. Hilf mir, dass es gelingt und dass es auch meinem Mann und meinen Kindern schmeckt. Es sind so viele Dinge, wo er dir hilft. In den kleinen Dingen zeigt es sich, ob wir Gott lieben. Ob wir in den kleinen Dingen Gott mit reinholen. Da zeigt es sich, ja? Aber hier über Gebet. Nicht ich muss Gott etwas bringen, sondern er will mich beschenken. Durch wahres, echtes Gebet, ja? Ist nicht anderes als Liebe. Liebe zu Gott, ja? David und seine Gemeinschaft mit Gott. Eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich, zu wohnen im Hause des Herrn alle Tage meines Lebens. Um anzuschauen, die Freundlichkeit des Herrn. Wenn du ins Gebet gehst und das Gebet genießen lernst, Gebet ist um meine Arbeit, aber wenn du da reinkommst und die Herrlichkeit des Herrn bricht durch in dein Herz, dann merkst du diese Freundlichkeit und die Güte, die dir auch zur Buße leitet, diese Gegenwart Gottes, diese substanzreiche, schwangere Gegenwart Gottes erfüllt dein Herz und es gibt nichts Schöneres. Und wenn du das damit erlebt hast, dann gibt es vielleicht Dinge auszuräumen aus deinem Leben. Denn Gott will dir diese Herrlichkeit zeigen und will diese Zeiten mit dir zu deinen schönsten Zeiten machen, die du jemals hattest. Da spreche ich mal klar zu uns. Das ist so. Wer kennt denn das? Die Herrlichkeit des Herrn. Einige kennen es und das ist schön. Gehen wir weiter. Die Hoffnung, die Hoffnung, die Liebe wird in unsere Herzen ausgegossen. Die neue Leben hier, Römer 5,5 sagt, denn wir wissen, wie sehr Gott uns liebt, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner Liebe füllt. Er füllt sie. Er füllt sie. Im Gebet, im Lesen des Wortes. Er füllt dein Herz. Und dann wird dein Herz ausgegossen. Und die kleinen Herzen deine Herzen sind und das ist das große Vaterherz. Es will dir geben. Es will dein Herz füllen. Mach es auf. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Aber wenn dein Herz zu ist, kann er nichts reingießen. Wenn du nicht kommst, das ist auch ein Bild dafür, ich bin offen. Wenn ich meine Hände hebe zu Gott, hier fülle mich, ich brauche dich. Lass mich ein Kanal deiner Liebe sein. Und so ist es. In diesem Adventskalender habe ich von einer lieben Schwester geschickt bekommen. Die Anna-Marie Zindl, sie war vor kurzem hier und ich soll euch alle Liebe grüßen. Und sie sagt immer, bitte vergesse es nicht. Und hiermit habe ich es getan. Und dieser Adventskalender hat mich so stark angesprochen. Das ist genau das, was wir brauchen. Hier diese 24 Türchen, die in den 24. Türchen der Liebe münden. Also diese 24 Dinge, die wir da brauchen, das ist absolut. Und das würde ich uns jetzt zum Schluss noch einmal weitergeben. Ich gebe dir gerne einen Kalender, einen Kalender zum schönen Advent. In dem versteckt hinter kleinen Türchen etwas, was jeder Mensch braucht und kennt. Und jetzt, erstes Türchen ist Verständnis. Du brauchst Verständnis für den Mitmenschen. In den Mockersins des anderen zu laufen. Sich hineinzuversetzen, wie es ihm geht. Das ist eine starke Liebe. Du brauchst Fantasie. Aber nicht eine Fantasie, die außerhalb von Gott philosophiert und dich abbringt von der Liebe Gottes. Du brauchst Fantasie des Heiligen Geistes. Du brauchst Humor. Christen sollten ihren Humor nicht verlieren. Bewahre dir Humor. sauberen Humor. Sauberer Humor ist von Gott. Ein viertes Türchen. Auch eine Portion Euphorie. Ich hoffe, ich konnte mir heute ein bisschen die Euphorie abspüren, wie ich begeistert bin von der Liebe. Wenn ich über die Liebe spreche, dann spreche ich über was Wesentliches, was Gott will. Euphorie ist gut. Hoffnung. Ohne Hoffnung. Ja, Christ ohne Hoffnung ist wie ohne Wasser und Luft zu gehen. Ja. Du brauchst auch Zeit. auch Zeiten mit Gott. Gott seinen Teil zu geben, seine Liebe zu zeigen, es ihm Zeit zu opfern. Gebetszeiten, Gegenwartszeiten und dann aus dieser Anbetung heraus aktiv werden. Für ihn. Für ihn zu stehen, für ihn zu gehen, für ihn Botschaft zu sein. Geborgenheit. Diese Liebe Gottes will dich erfüllen. Er will dir Geborgenheit schenken. Und diese Geborgenheit und diese Sicherheit ist wie ein Borg, die ist wie ein Schutzwall, der um dich ist. Und Gott ist über dir, um dich, um dich herum. Und was kann der Teufel dir? Ja. Wenn Gott für uns ist, wer will gegen uns sein? Du weichst dich umhüllt von der Liebe Gottes. Ja. Spaß und Freude. Gott will dir nicht verderben. Ja. Gott ist der Freudengeber. Ja. Und er will dir auch Freude geben, dass du dich wie ein Kind freuen kannst. Ja. Zuversicht. Zuversicht. Gott, du hast gesagt, ich hab's geglaubt. Ich nehme es aus deiner Hand. Es steht in meinem Herzen geschrieben, das gute Wort Gottes. Ja. Kraft und Stärke. Dass du wieder Kraft hast. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Angezapft. Ja. Kraft und Stärke. Glück. Was ist Glück? Glücklich sind die, sagt Jesus in der Seligpreisung. Werde ich mal gesondert drauf eingehen, was glücklich ist von Jesu Worten her in der Seligpreisung. Ja. Das Licht. Er gebe dir das Licht in deine Finsternis hinein. Ja. Wie es Ulrike das schöne Wort hat. Mache dich auf und werde Licht und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Dass dein Glaube wächst. Glaube ist ein Wachstum. Dass du dir es nicht nur licht, sondern es auch in dein Leben reinnimmst und es tust. Dann fängt der Glaube an. Der soll wachsen. Auch Menschlichkeit. Bleibt Menschen unter den Menschen. Hebt es ab. Ja. Bleibt Menschen. Die Menschen sind den Juden ein Jude, den Grieche ein Grieche. Ja. Habt den Trost. Sei getröstet von Gott, von dem guten Heiligen Geist und sei ein guter Tröster. Ja. Tröste selbst, den wir Trost braucht. Gebe Trost. Gebe den Friede Gottes. Der Friede Gottes, der höher ist wie alle Vernunft. Gebe diesen Frieden weiter. Ja. Zweisamkeit, ja. Auch mit Brüdern und Schwestern. In deiner Ehe, in deiner Beziehung, mit deinen Kindern. Geh wieder auf den Einzelnen ein. Gute Gedanken. Gute Gedanken. Das wünsche ich uns so, dass wir alles ersetzen können, was negativ, destruktiv, niederschmetternd ist. Einreißen und ersetzen mit guten Gedanken. Jesus war voller guten Gedanken über die Menschen. Er hatte nichts Schlechtes über seine Jünger gesagt, auch als er im hohen priesterlichen Gebet zum Vater redete. Er hat nichts Schlechtes über sie gesagt, obwohl er kann viel Schlechtes über sie sagen. Ja. Die waren nicht nur die Glaubenshelden. Ja. Also, gute Gedanken. Achtung vor Mensch und Tier. Die Schöpfung zu respektieren. Gott ist ein wunderbarer Schöpfer und er hat alles wunderbar gemacht. Und das darf ich respektieren, achten und schützen. Dazu sind wir da. Hilfe. Sei hilfsbereit. Pack an. Ja. Werd aktiv. Hab eine Freundschaft, die Qualität hat. Freundschaft, die ehrlich ist. Die ermutigend ist. Die erbauend ist. Die positiv ist. Sei ehrlich. Sei verlässlich. Sei tolerant. Dem Anderen in dem Sinne seinen Willen zu lassen. Ja. Das ist auch etwas, was wir im Vaterherzen gehört haben. Ja. Er gab seinem Sohn den freien Willen. Geh. Ja. Wenn du gehen willst, Sohn, geh. Ja. Und wir sollen das nicht beschneiden. Deshalb haben wir immer die Freiheit lassen. Ja. Toleranz und die innere Ruhe. Der Friede Gottes muss in unsere Herzen kommen. Gerade in dieser Adventszeit, wo alles irgendwo im Stress ist, in Vorbereitungszeit, wieder schön fest, alles schön zu machen. Ich sage immer lieber, schmeiß ein paar Wiener in die Schüssel und koch ein paar Wiener und mach weniger. Nicht die große Ente, die nur Stress macht. Ja. Und hab Ruhe. Hab Frieden. Komm, liebe deine Leute, die in deiner Familie sind. Gib ihnen Geborgenheit. Gib ihnen Sicherheit. Mach nicht das Große. Wenn du ein Festessen machst, okay, das haben wir auch recht sein. Aber mach es mit Liebe. Ja. Innere Ruhe. Und das ist alles geborgen hinter dem Türchen 24. Ja. Die Liebe. Hinter dem Türchen am Heiligen Abend sind keine Geschenke. Nicht Reichtum und Geld. Hinter diesem Türchen, da ist die Liebe. Das Größte und das Wichtigste auf dieser Welt. Und jetzt will ich auch schon einmal beten. Lass uns aufstehen. Und noch einmal für diese Liebe beten. Ja. Gott ist so gut. Vater, wir danken dir, dass die Liebe Gottes und der Friede Gottes höher ist wie alle Vernunft. Und dass du ein Gott der Liebe bist. Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und ich danke dir so, dass du diese Liebe in unsere Herzen ausgiehst. Und du siehst jeden Einzelnen, wo dort auch Hindernisse sind, dass die Liebe von dir nicht hineinfließen kann. Und ich bitte dich, mach jedem Einzelnen bewusst, dass er diese Schleusen aufmacht, vielleicht auch der Unversöhnlichkeit, der Bitterkeit, des Neides, der Eifersucht, der Zwietracht, des Haders, des Zweifelns an dir. Nimm diese Schleusen weg, Vater. Und gib, Herr, dass diese Liebe wieder hineinfließen kann, dass jeder Einzelne deine Liebe empfangen kann, deine Liebe spüren kann. Segne jeden einzelnen Zuhörer und erfülle ihn mit deinem guten Heiligen Geist. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Vater, wir danken dir da von ganzem Herzen in dem wunderbaren Namen Jesus. Amen. 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 Was ich brauch immer mehr, das ist Gnade, Herr. Diese Kraft, die nur ausgeht von dir, spendest Liebe und Trost und du lässt mich nicht los. Du gibst alles und mehr, als ich verdient. Mach mein Herz völlig rein, lass ein Zeugnis mich sein, eine Brücke zu dir für die Welt. Denn die Zeichen der Zeit zeigen, der ist nicht weit. Dieser Tag der Erlösung verheißt. Nichts erfüllt mich so sehr, als dir zu dienen, Herr. Was ist schöner, als mit dir zu gehen? Bis das Licht, das ich brauch, das den Weg mir zeigt, eine Quelle, die niemals versiegt. Was ich brauch, immer mehr, das ist Gnade, Herr. Diese Kraft, die nur ausgeht von dir, ist Gnade, das ist Gnade, das ist Gnade, das ist Gnade, sein, eine Brücke zu dir für die Welt. Denn die Zeichen der Zeit zeigen, er ist nicht weit, dieser Tag, der Erlösung verheißt. Nichts erfüllt mich so sehr, als dir zu dienen, Gnade, was ist schöner, als mit dir zu gehen? Ist das Licht, das ich brauch, das den Weg mir zeigt, eine Quelle, die niemals versiegt? was ich brauch, immer mehr, das ist Gnade, diese Kraft, die nur ausgeht von mir. Spendest Liebe und Trost und du lässt mich nicht los, du gibst alles und mehr, als ich verdien. Mach mein Herz völlig reif, lass mein Zeug es mich sein, eine Brücke zu dir für die Welt. denn die Zeichen der Zeit zeigen, er ist nicht weit, dieser Tag, der Erlösung verheißt. Nichts erfüllt mich so sehr, als dir zu dienen, Herr, was ist schöner, als mit dir zu gehen, bis das Licht, das ich brauch, das den Weg mir zeigt, eine Quelle, die niemals versiegt. Musik 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 Musik